Wir haben jetzt hier die neuen iPhone Modelle, das iPhone 6 Plus, das iPhone 6 und zum Vergleich das bisherige iPhone 5s. Man sieht schon gleich auf Anhieb, dass das iPhone 6 Plus deutlich dünner ist als das iPhone 5s, wobei natürlich dieser Effekt dadurch noch verstärkt wird, dass die Kanten abgerundet sind. Hier sieht man das neue Gehäusedesign, was im Vorfeld schon durchs Internet geisterte, mit den außen angebrachten Antennen. Das iPhone 6 Plus ist für iPhone-Besitzer zunächst ungewohnt groß. Selbst mit großen Händen erreicht man Icons am rechten und oberen Bildschirmrand nicht auf Anhieb mit dem Daumen. Apple erleichtert das aber durch einen Einhand-Modus, den man durch zweifaches Tippen auf den Home-Button aktiviert. Wie beim iPod Touch steht das Objektiv der neuen Kamera im iPhone 6 Plus und im iPhone 6 leicht hervor. Beim iPhone 5s war das noch nicht der Fall. Erstmals gibt es bei den iPhone 6 Modellen den Quermodus, den man auch vom iPad kennt, sodass beispielsweise die Icons im Home-Screen sich drehen, wenn man das iPhone dreht. Das geht beim iPhone 5 ja noch nicht. Und es hängt stark von den Applikationen ab, inwieweit die das nutzen. Apple hat seine eigenen Apps bereits angepasst. So nutzt beispielsweise die Messages-App oder Nachrichten bereits den Quermodus für eine zusätzliche Spalte, in der die Kontakte angezeigt werden, was auf dem iPhone 5 noch nicht funktioniert. Je nach App werden die Inhalte auf den neuen iPhone-Modelle hochskaliert oder weitere Inhalte angezeigt. Apples eingebaute E-Mail-App beispielsweise zeigt mehr Details der empfangenden Nachricht an. Hier dieselbe Nachricht auf dem iPhone 5s, auf dem iPhone 6 und dem iPhone 6 Plus. Apples Karten-App hingegen zeigt auf den unterschiedlichen Geräten den gleichen Ausschnitt, aber vergrößert. Während das iPhone 5s 1136x640 Pixel anzeigt, löst das iPhone 6 1334x750 Pixel auf. Beim iPhone 6 Plus ist es Full-HD-Qualität in 1920x1080 Pixel. Noch nicht von ihren Entwicklern angepasste Apps zeigen auf dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus zum Teil einfach nur hochskalierte Inhalte statt mehr Inhalten an, z.B. die Facebook-App. Apple hat seine eigenen Apps natürlich bereits angepasst. So zeigt Safari auf dem iPhone 6 deutlich mehr Inhalte als das iPhone 5s an und noch mehr kriegt man auf dem iPhone 6 Plus zu sehen. Apple sagt, das iPhone 6 Plus ist 25% schneller als das iPhone 5s. Das merkt man z.B. bei der Ladezeit von Apps.